boom friends was geht und zwar habe ich jetzt vor einer woche mein letztes video rausgebracht und zwar habe ich mir überlegt dass ich morgen um 16 uhr ein kurzes info video noch rausbringe und heute kommt der erste teil von diesem kurzen info video ich habe heute mit einem freund gesprochen größer nicht da draußen dass ich mit ihm zusammen ein fakten video machen werde und zwar über einen bekannten rapper ich weiß nicht ob ihr ihn kennt aber es geht um bushido und um sido ich werde die fakten über sido machen er macht fakten über bushido wir suchen uns gegenseitig dem heraus was geht bei bushido und bei sido ab was machen sie und so und wenn ihr was hält ihr von dieser idee wenn ich mehr so fakten videos bringen sollte zeigt mich doch mit einer positiven wert und würde mich mega hart freuen und lassen paar kommentare hier wenn morgen kommt noch mein kurzes info video und dazu frage antwort video und es würde mich mega freuen wenn ihr das kommentieren würde oder dass wir mit freunden geld kostenlos aber würde mich auch freuen und dann sehen wir uns bis morgen 16 uhr bis dann und haut raus los